Willkommen in Tbilisi, meine Herren. Ich hoffe, Sie konnten auf dem Flug von Prag hierher ein Auge zutun. Denn nun, wo wir hier sind, haben wir alle Hände voll zu tun. Hier also die Situation. Wir sind hier auf Geheiß der georgischen Regierung, um mir mit den Rebellen an der russischen Grenze zu helfen. Unser Einsatzgebiet ist die autonome Region Süd-Ossetien. Das sind 3840 Quadratkilometer kleiner Dörfer und ein raues Hinterland. Die Ossetier liefern sich seit einigen Jahren Gefechte mit der georgischen Armee. Aber die letzten Attacken sind zu einem regelrechten Krieg eskaliert. Washington denkt, dass die Russen dieses Aufbrannten als Entschuldigung benutzen, um die ganze Region zu annektieren. Unsere Aufgabe ist es, Standbeine der Revolution wegzuschlagen, bevor diese Situation außer Kontrolle gerät. Unsere erste Mission ist ein Überfall auf eine Rebellenbasis in den kakasischen Bergen. Der Rebellenführer, der Bakur Papa Schwili genannt wird, hat einige Armee-Konvois über den Terek-Fluss hinweg angegriffen. Sie müssen zunächst die Wachposten ausschalten und dann das Hauptlager. Sie werden Papa Schwili in den Höhlen oben auf den Hügeln finden, wo er seine Kommando-Basis errichtet hat. Nehmen Sie ihn gefangen, wenn Sie können. Aber bedenken Sie, er wird nicht kapitulieren, bis Sie seine Waffen ausgeschaltet haben. Das scheint mir ruhig genug. Das ist mir zu ruhig. Be there in two shapes. Sind unterwegs. In place and ready. In position. Gegner terminiert. Gegner terminiert. Bis dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 In place and ready Bis dann Gegner terminiert Bis dann 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 Bis dann